Äh, Dings könnte runterkommen. Äh, Ash. Bin mir nicht sicher. Ja. Ey, okay, helf mir mal kurz, um einen kleinen Busch einen Pilz zu setzen. Also, falls jetzt eine Stände... Stände. Da ist Ash. Äh, Top-Re. Es nervlich, dass ich zwei Jahre gestorben bin, ey. Beide SS bei uns. Dann hau da ab. Ja, äh, woran erkenne ich das? Ich hab die überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ja, du kriegst dermaßen, äh, dermaßen fahren und den Torstuhl, dann dreht die sie, oder? Dann dreht die sie nur allein, oder? Da kommt sie, Insel-Affe, oder? Gehen wir als erstes auf sie? Jep. Ausgeprägt. Ja, ich hab mehr liegen nicht damit. Ja, lauf von dem Pilz auch noch rein. Die kommt zu mir, oder? Ja. Ich find's lustig, wie manche einfach nicht realisieren, dass ich die sehen kann, wenn die in meinen Pilz reinlaufen. Oh, Timo, 5-0, äh, statt. Ja, das ist noch nicht das Schlimmste. 6, übrigens. Was ist das? Ja, spiel mal ein bisschen defensiver, bleib mal im Tower. Du spielst, du. Du spielst, du. Du spielst auch zu, weg, weit weg vom Tower. Da ist Esch. Will Esch mich verarschen? Komm zurück zum Tower. Ja, schön. Wie dumm Ersch gerade war. Die können wir holen, oder? Oder trauen wir es uns nicht? Aber der Tower ist auch, oh shit. Lass uns den Friend holen. Warte. Da unten, Timo, Timo. Timo, Timo, Timo. Kannst du das mal holen? Ja, komm, schick ich alles, was ich an. Du musst, du musst ansagen. Timo ist oben, du musst ansagen. SS. Der ist oben nach oben gekommen. Der hätte uns verservischt. Achtung, da ist er. Ja, sie nehmen Towerhills. Das ist, finde ich gut. Nein. Da hat sie mich doch noch bekommen, der Pedder. Ja, guck mal live an. Alter. Ja, du bist auch fast dort. Na, trotzdem, das packen wir noch easy. Ist dir immer aufgefallen, dass dein Bild gleich mein Bild ist? Wir haben genau die gleichen Items. Ja, das macht ja unten 3 range, oder? Ja, aber die haben auch 2 range. Ja. Wir sind oben schon am Tower, also... Uh, 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 hoffentlich werde ich gleich. Okay. Können die die Ulti mal hinmachen? Echt? Ne, ich mach meine Ulti jetzt einfach mal. Ja, hol sie. Die ficken wir. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, klar. Schön. Die werden jetzt so richtig gekistet. Schön, dass wir uns jetzt auch schon so langsam so im Gynäkologie-Jargon bewegen, ey. Ich hab sie einmal getroffen. Lass mal die Mitte gehen, oder? Er ist weg. Okay, jetzt kann ich ja defensiv bleiben. Ich hab den Ton kaputt gemacht. Fertig. Mehr wollte ich nicht. Ali, die ist weg. Lass mal bitte gehen. Vielleicht laufen sie uns entgegen hier. Den kriegst du nicht mehr. Da ist Timo. Da ist Brand. Warte, warte, warte noch eine Sekunde. Okay, geh schon mal raus, Ali. Okay. Lauf mal von oben Timo entgegen, bitte. Hä? Das hat mir auch seine Ulti, ne? Ja, seine Ulti. Hey, Brand. Okay. Timo ist da oben im Busch. Timo ist oben drin. Im Jungle. Den kriegen wir. Ja, okay. Der läuft hier irgendwo lang. Da ist ein Pilz. Da ist noch ein Pilz. Da ist Timo. Oh. Ich lauf ohne lange, um den Weg abzuschneiden. Da ist Katerina. Oh shit. Pass auf, Brain. Ja, lass abhauen. Israel. Da ist er echt auch noch. Israel, geh weg, geh weg, geh weg. Die sind alle da. Genau, geh weg, Israel. Boah, ich freu ne Kippe, Alter. Ich mach mit so einem an. Boah. Ja, muss auch mal sein, ne? Das Team ist fast richtig, ja. Und Zuschauer, nehmt euch kein Beispiel an Raucher. Denn Rauchen ist uncool, ist das wahr. Rauchen ist ungesund, das stimmt. Habgesehen davon, dass man überall immer Raucher kennenlernt und... ...total nice Kontakte knüpfen kann. Oh, oh, Rain. Ob das... Ja doch, war ne gute Idee. Scheiß drauf. Ich hab lieber keine Freunde und rauche nicht. Ja, ich hab das Standbild, Alter. Kriegen wir auch noch. Ah, wie sie sich auch gerade weggeflasht hat, als ich rauchspringen wollte. Ja, ich hab das Standbild, sonst wär sie tot gewesen. Hey, Hauptsache, ich nehm auf und ihr habt die Standbilder. Geiß ja, jetzt muss ich... Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Okay. Esrael, pass auf, geh nicht hin, weiterhin. Ich geh mal nach unten zu Chogart. Ja, bitte, danke. Ja, Chogart ist so weg, ey, er weiß es immer noch nicht. Chogart ist so low, den packst du auch alleine. Hat er ein Wort drin? Er hat ein Wort drin, sonst würde er mich nicht... Ne, er hat kein Wort drin. Er hat kein Wort drin. Und er stirbt schon an Power. Nein, lass ihn. Mehr. Ja. Zu spät, war schon Dings. Gecastet. So, jetzt heißt es, let's get's auf die Fresse in der Mitte. Let's get auf die Fresse, ey. So, ich weiß nicht, ob ich den zu sagen darf. Aber... Ich geh mal ganz schnell Rudi melken, ich komm gar nicht hier. Weil sonst, äh, ist hier vollständig. Ey, ich hab Katharina hier unten. Dann aber. Und Brand. Von Timo. Da ist Brand. Ich kann gleich meine Ulti hinmachen, falls die so dreistin an den Tower rangehen. Ja, siehst du gleich. Ich knachst dir gleich meine Ulti. Er specht mich. Die verlangsamt mich. Komm, Timo krieg auch noch. Nein, nein, nicht noch einfällen. Nicht noch einfällen. Nicht noch... Nein. Nein, 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 nein. No, 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 no. Senoritas everywhere. Nein, 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 nein. Ja, du... Ja. Die ist sogar noch gestorben. Nice. Die Jungs, knickt nieder. Ihr Bauern. Denn Hamburg ist zu Gast. So. Gute Idee. Ich komm nach. Ich wollte mir nur kurz Phantom Dancer zu Ende kaufen. Was? Hast du noch mit? Jetzt erst. Ja, Entschuldigung, dass ich grad mal einen Kill habe. Ich bin schon bei Infinity Edge dabei. Ja, das werd ich mir nicht holen. Ja, es wird auch Pflicht, dass wir hier mal pushen, ey. Das... Dings? Lol. Und Tschüss. Einfach mal drauf. Seid ihr fertig mit dem Aufnehmen? Nein. Nein. Die Runde ist ja nicht mal vorbei. Die Runde ist ja nicht mal vorbei. Geh weg. Passt unten auf. Katharina kommt gleich. Wo die die zu zweit kriegen müsstet. Eigentlich. Da ist sie auch schon. Da ist Timo. Da ist Timo hinter euch. Lauft. Timo lauf nach oben weg. Nach oben weg. Ich rette euch. Lauft weg. Lauft weiter. Lauft weiter, Jungs. Obwohl, den kriegen wir. Ja, schön. Okay, jetzt lass es weglaufen. Oder wir warten hier auf Ali hier im Busch. Lass mit ihr im Busch warten. Wenn die kommen... Ah, scheiße, Pilz. Die haben uns gesehen. Ist jetzt mein Pilz auch mal wieder dahin. Komm. Ja, okay. Auf geht's. Da sind sie. Auf Ash. Auf Brand. Ihr kriegt übelst einen Schaden wegen Multi. Oh mein Gott. Ja, Katharina macht richtig Schaden. Das ist nur ihre Ulti. Oh oh. Kriegst du nicht mehr. Mal so, ähm... Ali, kannst du dich mal darauf konzentrieren, dass wenn, ähm... Katharina ihre Ulti arm hat, dass du sie so wegwirfst? Du hast ja einen Skill dafür. Äh... Das habe ich gemacht. Ja, nein. Ich wollte es nur gesagt haben. Jaja, nee. Ich hab's gemacht, aber... Die alte ist Sack stark, ey. Ich weiß. Leider ist sie stark. Das Problem ist halt, wenn ich immer zu lange drinnen muss. Görkem, du kannst ruhig bis zum zweiten Tower vorrücken. Jaja, ich geh gleich. Ich wollte mir nur Mana-Mohne kaufen. auf die W trazendujahr. Ich weiß nicht wieso? Aber unten ist meine Tierleiterin. Oh nein 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 nein. Nein 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 nein. Den kriegst du nicht. Oha. Den kriegst du nicht. Den kriegst du nicht, den kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Nein! Das wäre mein Sack. Dafür muss der aber jetzt sterben. Ähm. da ist er doch die Taukunde wenn wir auch gleich noch in der Darm da oben ist Katharina ich gehe noch was erweiligt und brauche ein auch zu loben und geradezu dann kommen wir und auf der anderen Seite wegen Brantz-Ulti und wie man dann weiß doch man ja ich bin gleich darum was auch du bist alleine dann meine ulti machen halt sie dabei ist weil sie da wo sie ist na gut war ein versuch wert du hast nicht zu fest dein Ultro D hab ich gerade gemacht da ist Brand sollen wir ihn holen ich hab den zweiten nein er hat mich nur durch den hochschmeißen ja ich würde sagen dann kommen wir ihn hier im Boot wagen ich hatte die Fahre für den als etwas was denn äh Timo Timo ist ein was ist Timo eigentlich er spielt das genau jetzt noch verkaufen ich schätze ein etwas warte noch eine Sekunde warte noch er hat sie dich gesehen und vor allem was ist Alistair männlich oder weiblich kommst du darfst du kommst du sollst du weglaufen oder wenn sie ja das Ash oh shit die kriegen wir nicht zusammen oh ja ja Ash kriegen wir auf jeden Fall aber sie kriegt äh Katharina halt nicht vor allem wenn der Tau nicht mehr da ist also ich kann noch fliehen aber äh Timo die stehen im Busch pass auf da kommt da kommt was ja Ash ist noch weit hinten die kriegen wir und go ah verdammt wieso die geht jetzt so drauf so Ash geht jetzt auch noch drauf lauf zu mir hoch lauf zu mir hoch ich kann gleich rauf springen die sehen mich sowieso im Moment noch nicht okay doch nicht egal gut wir haben sie gekillt guter Aktion wenn Ash kommt ja Ash ist sie dumm nein Schöße ihr unterschätzt uns okay ich muss jetzt weggehen ja willkommen thanks war einigen nicht wichtig für nein oh 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 ich kann mein Ulti auf Brand machen Bruder warum tötest du mich ah da ist Timo auch noch pass auf ich hab ein Videobeweis mein Bruder tötet mich Israel weg Israel geh da weg geh zum Tower geh zum Tower geh zum Tower und zwar fix shit ja die kriegen wir aber noch da ist Sugar da ist Timo oh shit wo auf ihn gehen wir äh Timo auf Timo und das wie ich ihn auch verpasst habe weil Sugarf kriegt er selber nicht wie er noch lebt oh mein Gott muss jetzt ein Tower drauf gehen der kriegt ein Tower halt jetzt lol ohne Probleme wie er noch wegkommt wegen dem Scheiß hochschmeißen hattest du keine Bluthetze mehr? mhm hab ich vorher eingesetzt okay dann lass mal ein bisschen ja erst mal Ash ich komm zur Kette ich komm zur Kette ich komm zu uns lauf Playboy lauf wir kommen lauf 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 ich bin nicht da aber du musst am besten ein Gang zu loben ja Stormy hat sich schon gesehen bin ich da ja die hätten Mord oder? sonst würdest du mich nicht sehen die hatte ich nicht gesehen schönerst dann ja ohne Probleme Jungs weil sonst hätte sie mich nicht mehr angegriffen ach so ok bitte ja alles klar ja Pro Gaming meets Weethead ey oh da ist Ash so und das brennt halloo ok schade oh bleibt stehen bleibt da oh nein